Ja, ich war gerade eben beim Wahllokal. Das war so dermaßen brechend voll da. Also für meinen Wahlbezirk hätte ich bestimmt eine halbe Stunde anstehen müssen. Und jetzt fahre ich doch mal erstmal was futtern und dann gucken wir nochmal da vorbei. Das ist ja ein herrlicher Septembermorgen. Jetzt kommt das an die Stadt zur Verfügung. Ich bin ein Hügelkopf, ich bin ein Hügelkopf. 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 Dreck in der Kurve, das ist nicht gut, oder? Dreck in der Kurve, das ist nicht gut, oder? Dreck in der Kurve, das ist nicht gut, oder? So, wählen gehen, zweiter Versuch. Erstmal das Motorrad hier aus dem Garten buxieren. Mal schauen, ob es jetzt nicht mehr ganz so voll ist, wie heute Morgen. Mittlerweile haben wir auch irgendwie 14 Uhr. Ich habe da nur mal eben was gegessen. Und dann ein bisschen an CAD gezeichnet und schon ist, ja, wo ist die Zeit wieder geblieben? Man merkt richtig, dass irgendwas los ist, weil so viele Leute habe ich noch nie auf einmal auf der Straße hier gesehen, außer wenn Wahlen sind. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Vielen Dank.